Ich bin hier auf den Philippinen, in der Provinz Kalinga, in der Nähe von der Stadt Tabuch. Und wir sind zu Hause bei Melody und ihrem 5-jährigen Adrian. Der Adrian hat eine schwere, zerebrale Lähmung. Die Mutter kommt Unterstützung von Laura, Fachperson von Comundos und Tessin, die ihr zeigt, wie man ihn massieren kann, wie man auch stretchen kann, damit er sich nicht verkrampft, damit er kleine Fortschritte macht. In seinem jungen Leben. Und ja, sie kann einmal im Monat hierherkommen, manchmal nicht einmal, aber es ist eine wichtige Unterstützung, die sie der Familie geben kann. Quite important, was sie hier tun. And does he do good? He's doing really well. He seems like not unhappy. No.